So, wir sammeln uns jetzt hier so ein bisschen und gleich gibt es noch irgendwie, weiß ich nicht, zwei Vorträge und eine Ansage, wahrscheinlich, es soll nochmal ein Gruppenfoto gemacht werden, Hamburg grüßt die Welt oder Griechenland mäßig, we thank you, wir gucken mal, was da gleich kommt, angesprochen haben wir es.